Da hätt ich nicht Geduld zu, glaub ich. Oh Gott! Nein! Ich war so... Ich wusste, dass das passieren wird. Ich wusste es. Ich wusste es. Oh no! Ey, jetzt wollen die es aber echt wissen, ey, ne? Jetzt wollen sie es echt wissen. Hat er das Spiel bisher gerafft? Ja, habe ich, aber ist halt trotzdem sauschwer, ey. Was Meat Boy nicht alles macht, um seine Freundin zu retten, ey. Das ist ja gar nicht mehr der richtige Meat Boy. Der richtige ist schon... Das ist schon vor 800 Versuchen... Nein, da war ja gar kein Boden. Oh! Das ist ja seit 800 Versuchen gestorben, ey. Das ist alles seine Klonen. Seine Fleischabdrücke, die sich schon lebt, erwecken wir da. Ja, geil. Ja, geil. Alter. Und das in der Dunkelwelt, da will ich gar nicht mehr das auszumalen, ey. Aber ich gebe nicht auf. Ich schaffe das. Selbst wenn ich hier drei Stunden sitze. Das wird heute gemacht hier. Ey, da. Der Devil ist mit Dorn im Auge, ne? Der Devil ist mit Dorn im Auge gerade. Oh, komm schon, du shit. Da, 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 da. Das Level ist mit mir. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh, hell no. Oh, we experienced a car accident in the hell I am. Was, welchen Film ist das? Oh. You like that? Oh, we experienced a car accident. 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 Alter, ich will gar nicht wissen, wie viele Meatboys hier gleich durchrasen, ey. Oh Gott. Das müsste ja schon 80 sein, ey. Nein! Oh! Oh, wie viele Meatboys. Ach du Scheiße, ey. Alter. Oh Gott. Ich hab's geschafft. Wir haben ja eine relativ gute Zeit auch noch, ey. Das war jetzt in einem durch. Da gucken wir doch uns eine Meatboy in der Wolke am Festkleben. Ja, das ist der Meatboy, der noch sterbt. Ne, das ist der, der überlebt hat. Oh Gott, ey. Wer kommt denn jetzt noch? Gar nichts mehr. Boss bereit. Dr. Fetus. Dr. Fetus. Dr. Fetus. Jetzt komm ich. Hallo. Was ist denn? Eine Bazooka? Ja, genau. Der blöd, der Meatboy sich immer wieder regeneriert, ne. Oh, der wird sauer. What the hell, ey. Alter. Nein. Ja. Was ist denn? Jetzt komm ich. So. Ich kriege. Das ist also. Ich kriege. Das ist alles. Das ist jetzt. Das ist schon gut. Ich kriege. Das ist das. Ja, ich war klar, dass ich da reinfalle. Dr. Fetus! Uh! Komm schon! Oh, hat er mich genau erwischt. Dr. Fetus! Au! Komm schon! Oh! Ich spring genau da rein, ne? Ach, komm schon! Da! Alter, wie viel komm denn da? ich habe mich darauf verlassen dass das weg ist wo als hundi aber noch alle genau alles raus aus dem spiel jetzt eben genau eingesprungen haben sie dass er hätte verschickt scheiße auch schon boah Ah, scheiße, Mann. Kann man Dr. Fethos eigentlich auch spielen? Oh nein, da war ich zu langsam, mit Sicherheit. Gibt's nur weil, wenn man alle Bandagen hat, mit Sicherheit. Geh ich mal von aus. So als, äh, so als ein Special-Bonus. Öh! Komm schon, ey. Huch! Wooh! Ach, komm schon. Ich weiß, dass ich da nicht auf den Boden darf. Aber ich versuche ja schon, auf die Wand aufzukommen. Ey, das ist zielsuchend. Oh. Ah, mein Controller wird hier so in Mitleidenschaft gezogen, ey. Ah, das ist. Ich muss ein bisschen konzentrieren hier eben. Ich hatte dann links Bandage gesehen, das wäre aber jetzt scheiße. Ich muss ein bisschen konzentrieren hier. 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 Geil, kann ich jetzt mit Nugget, äh mit Nugget genau, das ist natürlich Nugget. Ja geil, jetzt darf ich die Huckepack hier nehmen, geil. Das ist ja geil. Gibt es denn als Spielra einen Charakter, das wir den Huckepack nehmen? Das wäre nicht voll geil. Geil. Oh, ich komme da nicht hin. Ah. Ey, das ist nicht wahr. Guck durch hier, Mann. Das geht nicht. Ich muss auch, ich bin nicht gehetzt. Ach so, das ist der Weg, den ich vorhin gelaufen bin. Den muss ich jetzt nochmal neu machen, oder was? Ich bin nicht neu, ey. Ich habe sie stehenbleiben. Ja, da habe ich. Oh Gottes Willen, ich habe es geschafft. Oh, guck mal, es ist Brownie. Der lebt ja noch. Nein, geht nur, ich gehöre hierhin. Oh, wir haben es geschafft, ey. Oh, da fliegt Klapputa weg. Das kommt, geht und macht Nugget. Oh, das erlebt noch. Super Beat Boy. Oh Gott, ich habe es geschafft, ey. Oh Gott, also die letzten Level haben... Oh Gott, oh. Das Eichhörig lebt auch noch. Ihr hättet euch einen Kopf abgehakt bekommen. Atomenbombe lebt noch. Die letzten Level, die haben meinen Finger sowas von zerstört. Before und After. Achso, der lebt auch noch. In einer Schönheitsoperation. Nicht schlecht. Ja, das war die Hauptstory von Super Meat Boy in der Lichtwelt. Sehr viel Spaß gemacht und ist echt sehr schwer. Ruhe in Frieden, Brownie. Er lebt immer noch. Und jetzt lebt er nicht mehr. Jetzt sind wir da im Klo, wo der hingehört. Und da rausgekommen ist. Xbox Live Arcade Team, ja. Ey, das sind die in der Hölle, die feiern eine Party. Die Meat Boys in der Hölle. Lokalisation. Oh, da sind die auch noch da. Ah, das ist fällig. Lalalalalala. Hey. Die sind schon ein Duett. Äh, ein Duett. Ein Trio sind die. Fehlt doch, jetzt sind die ein Quartett. Los geht und macht Nugget. Super Meat Boy Forever. Die Kamera hat auf den Bauch gesumt gerade. Ist die schon schwanger mit Nugget? Du musst ja schon mit Nugget schwanger sein. Chapter Complete. Die Cotton Alley. Die Cotton Alley. Ja, die Cotton Alley. Dann würde ich mal sagen. Ich mache jetzt erstmal Schluss. Die gesamte Lichtwelt in der Cotton Alley machen wir ein andermal. Und tschüss. Die Cotton Alley. Die Cotton Alley. Bis zum nächsten Mal.